Neukommen! Neukommen! Was für eine Kiste hier! Und so haben die Langnauer doch noch was zu lachen. Glauser! Glauser! Was für ein Treffen! Jetzt ist er dann aber zurück. Jetzt nimmt er den Schuss und trifft dann auch. Schön, der Pass und Glauser macht das Comeback perfekt. Und das ist der Führungstreffen. Und Leut Ginalbon hat es schon wieder getan. Maxwell legt ab. Ügene trifft es! Jetzt treffen auch die Langnauer und gleichen aus. Fünf Minuten Vorspielende ist alles wieder ausgeglichen. Und hier schleicht sich dann ein Wechselfehler ein. Und Langnau geht mit 1 zu 0 in Führung. Ein Slapshot. Das war ein Gewaltschutz von Schmutz.